Mein Lieber, ich hoffe, es war geil heute mit Natschi, habt ihr Ready or Not gezockt, ey. Seid ihr eskaliert? Ey, steht bei mir aber auch noch an, ne? Wir haben heute ein bisschen Rainbow, aber ich hab so reingekackt, ey. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. So verkackt heute im Rainbow. Aber, ey, ich überlege wirklich auch Ready or Not so Polizeiszenario zu spielen, weißt du, nur mit Pistole und so. Ich glaube, das wäre auch richtig geil. Ey, was ist denn das, ey? Ich glaube, das reicht aber nicht mit dem Arsch. Guck mal, guck mal, was sie machen. Guck mal, was sie machen. Guckt euch das an. Bruder, was ist das denn? Was ist das? Come on, TSW, bitte. Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich. DLC teuer as Herrmann und so ein Scheiß. Sorry, ey. Da muss, da muss ich mich, da muss ich wirklich, Leute, das könnt ihr besser. So wie Captain Lenoman, ey, da haut ihr einfach fünf Subs einfach rein. Kuss geht rein. Kuss geht raus, sorry. Aber das ist doch, das ist doch scheiße. Das könnt ihr besser. Das könnt ihr besser. Das ist so ein schönes DLC, ihr verkackt euch nur damit. Guckt ihr das an? Warum? Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön, Mann. Schaut mal gerne bei ihm vorbei. Ah, das ist doch, ah, das ist doch traurig. Das ist doch traurig und enttäuschend, Mann. Ja, die haben das, die haben es hier ausgelegt für eine Einheit, ja. So, aber ich kriege ja Minuspunkte, wenn ich dann wieder am Ziel vorbeischieße. Stehe ich halt komplett mit einem zweiten Fahrzeug im Sand. Komplett.